Sie haben mich gequälet von Heinrich Heine. Hallo, Liebhaber der deutschen Literatur und Dichtung. Ich habe heute ein kurzes Werk von Heinrich Heine vorbereitet, welches ich euch hiermit in der Originalversion näher bringen will. Vorgehenschlagen von Sonja Sonni-Hupmann Sie haben mich gequälet, geärgert, blau und blass. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Sie haben das Brot mir vergiftet. Sie gossen mir Gift ins Glas. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Doch die mich am meisten gequälet, geärgert und betrübt, die hat mich nie gehasset und hat mich nie geliebt. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich mich bei der Rechtschreibung ebenfalls an das Originalwerk des Jahres 1823 gehalten habe, als das Wort Brot noch mit D am Ende geschrieben wurde. Brot. Heinrich Heine war ein typischer Vertreter der Bewegung Junges Deutschland. Seine jüdischen Wurzeln brachten ihm allerdings oft den Hass seiner Gegner ein. Die Vermutung liegt nahe, dass das vorliegende Gedicht eine Spätfolge seiner unerwiderten Liebe zu seiner Cousine Amalie sein könnte. 1831 wanderte Heine nach Paris aus, um dem judenfeindlichen Klima in Deutschland zu entgehen. Im französischen Exil lernte er dann seine spätere Frau Mathilde kennen, die jedoch nur Französisch und kein Wort Deutsch sprach. Heinrich Heine starb nach langer, schwerer Lähmungskrankheit am 17. Februar 1856 in Paris. EINARDE HEINE EINARDE HEINITTEN BIN EINARDE HEINITTEN EINARDE HEINITTEN Untertitelung des ZDF, 2020